also wir legen an lebensunzeige nicht zu heißt jetzt gucken dass ich unsere temperatur wieder auf max krieger und dann gehen wir weiter es kann sein dass das vom spiel so gewollt ist machen es mal eben da brauchen wir stoff zu zubereiten dass wir dann auch ein t draus craften können zunderbündel aus stecken jawohl machen wir auch jetzt direkt weiter ist zwar geboten aber der typ der schwankt da ist ein wolf glaube ich der ist aber gerade mit dem re beschäftigt besuchen wir vorbeizuschnitten oh is that a wolf yeah i'd better keep my distance sonst haben wir noch die leuchtfackel ich glaube der verfolgt uns nicht wow looks like some kind of radio tower i must be closer to civilization than i thought was kann ich den stein noch nehmen ach ne wir können nur klettern ok okay die olympische die krieg ich nicht Wir müssen irgendein Haus finden. Irgendwas. Kreisenvögel deutet auf eine Leiche hin. Wird Mensch oder Tier? Kann ich noch nicht sagen. Okay, er hat sich einfach Renn in irgendeine Richtung gedreht. Ja, da sitzt ein Toter. Den müssen wir leider auch durchsuchen. Great, eine Stadt. Vielleicht kann ich da Hilfe finden. Und die Frage ist, schaffen wir den Weg da runter? Und wir hören die Wölfe heulen. Beziehungsweise heulen. Ich kann hier kaum noch steuern. Ist heftig. Ist richtig heftig. Hallo, klettern. Alles wird immer dunkler. Das sind Holes. Das sind Holes. Ja, genau da möchte ich auch hin. Aber die Andi in Story-Modus ist komplett angekrempelt. Wahnsinn. Hallo? Wer ist da draußen? Was ist da draußen? Was ist da draußen? Ein Pfeil. Das ist ein Haus. Das ist ein Schmerz. Das ist ein Schmerz im Haus. Wir müssen uns hier rausruhen. Verstauchungsrisiko. Wenn du beladen oder überschöpft bist, riskierst du Verstauchung. Lege Ausrüstung ab oder ruhe dich aus. Hallo? Anybody here? See what hope needs. Oh. Hey. Hey, wake up. Holy shit! Wait! Who holds your fire? Get back. Okay. 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 Just take it easy. Why are you here? I saw the smoke from your chimney. Outsider. Uh. What? Thought so. Mainlander. Outsider. I don't recognize your voice. And you haven't left. Like the others. So. Must be a Mainlander. Someone who doesn't know any better. My plane. I crashed in the mountains nearby. I'm looking for someone who crashed with me. A friend. She might be injured. I haven't seen her. Uh. Listen. Could you maybe point that gun someplace else? You think? Because my eyes are covered, I can't see you. Make the wrong move. Say the wrong thing. You'll see how good a shot I am. I don't doubt it. The earth. We're all gone. If you are here. Things must be worse than they thought. Okay. Where are you? Name's Mackenzie, by the way. And you are? I had a name. Once. But for years the townsfolk have called me Grey Mother. A name takes on its own life. Such that at one point. The name becomes the thing it belongs to. Then the old names fade. Can only be remembered by the young. And the true. So. I should call you. You. You should call me Grey Mother also. Sitting here with a rifle in your hands. You expecting trouble? Trouble. Trouble. Trouble fell me. You mean the storm? The bad men. The bad men. The bad men. The bad men. Took my things. Tried to take my house. They thought they were safe. Because Grey Mother can't see. They were wrong. The bad men. The bad men. The bad men. They passed through down. The night of the storm. The night of the light. I'm looking for my friend. She crashed with me when my plane came down in the mountains. Do you think she could have come through and been caught? By these bad men? I can't say for sure. Is your friend a survivor? I. Yes. She is. Then there is always hope. The bad men. Did they try to hurt you? Everyone thinks being old means you're weak. But they underestimated Grey Mother. It seems they did. Where are we? No. A forgotten town. Deep in the mountains. You're far from home. But where are we on Great Bear? My plane came down in a storm. And my compass was acting funny. I've lived here all my life. Not much use for the outside world. Milton's the last of the old mountain towns. Now, it's almost impossible to get to. Or get out of. Only people left here are either too poor or too proud to leave. Which are you? I have what I need. At least I did before the bad men came. Now I'm not sure I have enough to get through the winter. I need to find my friend. But I'll do what I can to help. My mind is fuzzy. Some things come through so sharp. Others. Like a dream. But let me think. Let me rest. Maybe I can pull some memories out of the fog. Maybe I can find something that could help you find your friend. I crashed without much food or gear myself. And if these bad men cleaned you out, we're going to need to find some food and fuel. Or neither of us is going to make it through the next few days. You have any idea where we could find some supplies? The bad men took everything. And the others in town who would have helped me are gone. The ones left will have their own worries. It's up to you, outsider. I'll do what I can. But I'll need your help. There must be somewhere in town to get food, fuel, the essentials. What about your friend? Aren't you in a hurry to find her? Yes, I am. And I'll be looking for signs of her. But there's a lot of ground to cover. And without gear, I won't make it. So while I'm looking for supplies, you see what you can remember about the Night of the Lights. And if she might have passed through town. That way, maybe we can help each other. Okay. Outsider? Grandmother can't promise she can unlock the secrets in the dark cupboards of her mind. But she'll try. The Kawamoto. What really happened here? Seems like people were here recently. Where did they go? Why didn't they call for help or just drive out? The power went out. Who knows the reason? People started to get cold. Hungry. They panicked. Started to talk crazy. Others walked here from the highway. Some belonged here. Others were outsiders. Like you. Did anyone see a woman? Brown hair. Would have had a tan jacket. A scarf with birds on it. Possibly injured. There was an outside woman. I heard her pass through. She wasn't alone. There were angry voices and... But the storm was too loud. Voices? Voices? I lost the voices and I couldn't get them back. Before you mentioned hearing voices, do you remember what you heard? Memories are grey and misty. I'm trying to remember. It was windy. Blizzard was already waking up. But I heard yelling. A scream. Was it a woman's voice? I'm not sure. The voices were... Thin. Far. The blizzard was waking up. Soon there was only wind and... Darkness... I don't know. I don't remember. It's all cloudy now. The power seems out all over town. The power's always been spotty here. Since the quakes. No money to fix the broken stuff left behind. And nobody from the mainland seemed to care enough to do anything about it. I'm sure... Someone will come and fix it. Nobody's coming to save Milton. How can you be so sure? I've learned to hear the difference between something quiet and something abandoned. This goes deeper than just a stillness. It feels like the moments before the world goes to sleep. We're just the last ones left awake to notice it. You keep calling me a mainlander. Why? It's what you are, isn't it? From the mainland. An outsider. You don't really belong here, do you? Okay, but you sound bitter about it. We lost everything in the collapse. People didn't realize how dependent we'd become. Some were fine with it. Others didn't want the scraps from your table. Created deep rifts in families. Communities. Scars that never healed. The mainland had become our lifeline and... It was suddenly cut. And so... We suffered. I guess I don't know much about that history. I'm not surprised. You mainlanders have always been focused on your own story. Only interested in Great Bear when it had something to give you. If you can't cut it down or dig it out of the ground, what use is it to you? Okay, well, any idea how I can get out of this town? I need to find help. The old quake closed down most of the roads in and out of town. That was years ago. Blizzard just swept through town. After the power went up. As for help. You won't find any out there. You're on your own. We both are. erworben, waskan bis zum fldalés gelulter. We mean, we not have to find the healing from the old laziness. We want to save the rest of my mother. We need to find the food walk. Do anything where the scriptures happen. We will also many layers of the her mother, füllen ich müsste aber eigentlich mal schlafen oder mich ausruhen hey gib mir die büchse wieder ich glaube wir müssen irgendwie gucken dass wir noch im schlafplatz finden sieben streichhölzer das ist nicht viel kann ich jetzt nicht als eigentlich zum feuer machen nehmen kann aber auch nicht erkennen wo es hier rausgeht Tür ist hier irgendwo eine Tür mit Snacks ich muss es geht gleich aus Treppe nach oben da will ich aber jetzt gar nicht hin leck mich doch am Arsch hier muss doch aus verlassen müssen uns ausruhen ich kann jetzt ein großer Völf verachten ist das Haus vermagelt? ja ist das Haus vermagelt? wunder prächtig wunder prächtig wunder prächtig Boah ey sie macht wohl nichts wenn die 12 gekommen sind, sind wir wieso ist denn alles hier verrammelt schön, ich habe es abgeschlossen, wunderbar ja, Panikmodus aktiviert wir brauchen noch nur ein Bett, man Werkbau und Schmiede, halte nach wertvollen Herstellungsorten ausschauen weiter kann ich nicht lesen, hier ist es stockduster neun Stunden schlafen wir brauchen etwas zu trinken, hatten wir glaube ich noch wir sind aufgewacht, weil wir Durst haben bitte schlaf weiter ok super, wir können jetzt was sehen wir geben uns auch direkt mal auf die Suche, das Buch nehmen wir mit das ist ein super Zünder Bankschlüssel Nummer 7 also für ein Schließfach, ja ok, machen wir also Lebensmittel und Kleidung wären extrem wichtig, wenn wir da was finden würden auch immer unter den Möbelstücken gucken ok, der Ofen hat es hinter sich hier ist ein Gefrierfach ok, kann ich gar nicht darauf zugreifen, sehr gut weder Kühlschrank noch Gefrierfach, was ist hier auch nichts Kochtopf, sehr wichtig können wir Fleisch drin garen und ich glaube auch Wasser drin kochen also Schnee schmelzen Bandbeschleuniger, ja nehmen wir auch mal schauen wir mal durchsuch besser ich nehme das Essen komm ich warte bis wir richtig Hunger haben noch gehts, noch können wir es aushalten das machen wir uns jetzt ja noch unsere Lebensmittel mit der alten teilen dürfen warte mal, haben wir vielleicht sogar einen Schlafsack dabei ne, haben wir nicht, wir müssen auch leider erst noch finden ich werde später ok, das war nicht so erquickend ok, das war nicht so erquickend Wir haben natürlich kurz gedankenswerterweise einen Beil gefunden. Heißt, damit können wir auch zur Not uns Möbelstücke oder Möbel zerkleinern, um Brennholz zu generieren. Und wir sollten, wenn wir ein Nähzeug finden, dann noch anfangen unsere Anziehsachen zu reparieren. Das Gericht passt. Ganz wichtig ist dann auch das Klo Wasser abschöpfen. Ich bringe uns erstmal hier wieder auf normalen Niveau. Esser und trinkt natürlich auch das gute Zeug. Kann ich dir auch schimmeliges Zeug in den Kühlschrank stellen? Wollen wir gleich mal ausprobieren. So, das lasse ich auf Vorrat. Okay, da sind die Matten gezogen, die Sportsocken. Ich werde auch jetzt anfangen, so Sachen wie Vorhänge oder Decken und sowas dann auch schon mal zu zerschnibbeln, damit wir Stoffe haben. Gibt es nur hier gerade nicht, leider. Ich glaube, hier hätten wir jetzt alles soweit durch. Jetzt mal die Stadt auf den Kopf stellen. 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 Jetzt mal die Stadt auf den Kopf stellen.